Diese hier angebotene 1,5 Zimmer Wohnung ist ab April 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf Pempelfort. Das Objekt verfügt über einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der nöblierten Wohnung liegt bei ca. 48 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 1650 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017